Crater, wir haben gerade alles voll gesammelt. War das nicht so der Plan? Damit können wir ganz einfach machen. So, zur Weise, all clear. Und dann würde ich sagen, könnt ihr gerne mal alle mitkommen und dann starten wir das Projekt, würde ich sagen. Dann können dann jeder auf sein Grundstück gehen und durchstarten. Ja, ich hab keinen Hunger, ich hab Hunger, ich brauch was zu essen. Juhu, Juhu, komm meine Grafikkarte an. Juhu. Kevin, ich lach dir die Ehre, du darfst die Brücke runterlassen. Hi, zu euch und willkommen im Projekt. Juhu. Mal gucken, wer der Erste ist, der stirbt. Wo muss ich hin? Ich muss in die andere Richtung. Oh Gott. Ist da mal was drin? Kann ich in die Neue rutschen oder was spinnen? Nein, stopp. Kann ja gar nichts los. Oh Gott. Run. Ich brauche Villager. So. Viel Spaß. I am the one. Wir hier irgendwo Villager? Nein. Oh, ich bin auch in die falsche Richtung gelaufen. Ich muss hier hin. Aber wie können wir uns schon mal einen Belohnen mitnehmen? Oh, kann man nicht abbauen. Okay. Nappend. Nappend. Äh, ja. Ich hab mir ein schönes Grundstück rausgesucht. Irgendwie kann ich den noch benutzen, hier, den, 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 den. Ah, ich war schlecht. Ich dachte auch, aber irgendwie funktioniert der nicht. Hm. Ich hab ja also, ich bin jetzt bei mir. Aber du kommst pünktlich zum Projektstart. Und das ist mega. Ach ja. Und, ähm. Oh. Ich hab keinen Boost mehr. Ähm. Wir müssen... Wo muss ich hin? Ah, ich hätte hier vom Dorf aus. Kann ich hier lang? Ne, ich muss vom Dorf. Und wieder zurück. Ähm. Ich streame jetzt heute zum ersten Mal über einen Streaming-Rechner. Also. Falls qualitativ das ein bisschen besser ist. Freut mich das. Aber das müsstest du mir jetzt beantworten. Hahaha. Du hättest nicht so ballern müssen. Ja, Bambus-Creeper, ne? Oh Gott. Der leckst du bitte. Ich bin da so ein bisschen verlassen. Ja, oh, der Server geht schon hemmen. Junge, mein Inventar ist jetzt schon voll. Und ich hab noch nicht ein bisschen Sache abgebaut, ne? Ja, okay. Ja, ich hab noch nicht mal ne schlechte Verbindung. Also. Gott, oh Gott, oh Gott. Die sehen auch zum Teil echt identisch aus. So. Also. Wir nehmen Wetten an. Was, was schätzt du? Also ich glaub, ich geb dem Server jetzt noch 30 Sekunden und dann crasht er wieder. Meinst du? Also so wie... Also so wie aktuell die Performance ist. He, he. Meins ist hier oben. Ich bin schön außerhalb mit nem schönen Berg. Und der ist... Das ist so ein Plateau. Also wir konnten uns vorher, ähm... Draufschalten und ein bisschen bauen. Ähm, aber nur der Weg dahin. Das hier haben die anderen alles gebaut. Also. Lol. Hilfe. Ja. Ach, genau. Also wir konnten unseren Eingang bauen und wo wir hin möchten. Und ähm, das hatte ich gemacht. Und jetzt... Laufen wir dahin. Ich kann dir sagen, ab wann ich gebaut hab. Also der Cookie-Benchmark sagt, ähm... Fünf Minuten. Die Spinnen sagen, ich geb dem Ganzen noch ne Minute. Ja, ich... Nein. Jeder kann bauen, so wie er will. Ich hab nur, ähm... Ich wusste nicht, wie ich ne Brücke bauen soll. Also hab ich mir ein paar Ideen geholt. Und dann ist die Brücke ein wenig groß geworden. Ich hoffe, sie ist noch im Spiel drin, ne? Ja? Hm. Oh, ja. Oh. Ich frage mich echt, was für... ...was sie dem Server gegeben haben. So. Ich glaube, von hier an... ...hab ich gebaut. Aber ich habe mich hier an diesem Weg orientiert. Und ich habe eine Mod installiert, die... Ups. Eine Shuffle-Mod. Die fand ich ganz cool. Die shuffelt durch dein Inventar durch. Und dann... ...plantest du random Sachen. Ja, vor allem... ...war das nicht alles hier vorher schon geladen? Oh. Also, der Lauf der Wolken... ...der sagt mir... ...es sieht nicht gut aus. Ich würde mal gerne sehen, wie die... ...ähm... ...SPS aussehen. Oh, ab hier habe ich gebaut. Spawn. Also, ich kann hier immer nur Schank weit gehen. Ah, guck mal. Hier war eigentlich schon alles... ...ähm... ...das habe ich hier... ...diesen Bereich habe ich gebaut. Diese Kurve. Und den hier hat wohl... ...Big... ...Bene... ...was... ...ist... ...ist das jetzt durchgegangen? Ja, ist durchgegangen. So. Äh, falsche Richtung. Also, hier geht es zu... ...Big... ...Bene Full. Und hier... ...das habe ich angefangen zu bauen. Mal gucken, wie lange es diesmal hält. Weins können wir schon mal... Ah, das wird doch nix. Ah, okay. Daran habe ich ja mal überhaupt nicht gedacht. So. Äh... ...Speicherbricks, die halt mit einem 100 Gig LWL-Kabel angeschlossen sind. Meine Freunde... ...der Himmel verheißt nichts Gutes. Er ist am Zucken. Was sagt der Keks? Ja, der Keks sagt, es ist nicht gut. Oh, und es kommen auch noch Phantome, willst du mich verarschen? Ja, ich habe übrigens eine Brücke gebaut. Und ich wusste nicht, wie ich die Brücke bauen soll. Also habe ich ein wenig übertrieben. Ich fand, das ist ganz cool. Ja, das auf jeden Fall. Also ich hatte bei meinem, ähm... Ähm... ...alten Server lief der Server auch komplett auf, äh, einem NVMe. So. Das hier ist unser Gebiet. Ich fand das ganz cool. Den Berg fand ich ganz cool. Und dann habe ich... Oh Gott. Ist das zu laut? Wenn ich hier abbaue? So, wieso habe ich hier nur Fick und kein Avocado-Lock Je mehr Leute drauf kommen, desto schlechter läuft da Jetzt aber mal eben kurz ernsthaft, von der Lautstärke her ist das in Ordnung Also nicht nur Musik, sondern auch der Ton des des Abbauens Musik Okay, super. Aber den speise ich jetzt gerade rüber und ja, ich bin dabei, ich brauchte nur Holz, aber ich hab schon Dschungel seit... Okay, gott. Okay. 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 Onion Seeds, Soja Seeds, Flux Seeds. Demon Dream, aber ich sollte vielleicht mal den hier anbauen. Soja Seeds, Flux Seeds, Flux Seeds. Ja genau. Oh, vielleicht nicht den Block. Holy. Ach, ich hab zu viel Entschrouded gespielt. Bei Entschrouded öffnest du das Inventar vielleicht mit B. In Minecraft öffnest du mit B andere Sachen. Ich hab zu viel Entschrouded. Daraus kann man selbst nix machen? Lock Conversion. Ne. Okay, das kann nur als Fuel dienen. Boah, dann machen wir da mal ein bisschen Futter mit. Und essen ein paar Orangen. Ich hab zu viel Entschrouded. Ich hab zu viel Entschrouded. Meinst du? Ich kann mir das gut vorstellen. Moment, ich muss mal eben das Setting umstellen. Kategorie, Kategorie, Quest, Quest, Open. Ich hätte jetzt gedacht, mit dem Abschließen von Quests kriegt man hier Probleme. Okay oder auch nicht. Okay. 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 Wir werden hier langsam Fortschritt erreichen. Was mich wundert ist, dass nicht mehr Leute auf den Server raufkommen. Oder haben sie Angst? Oder haben sie Angst? Okay. 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 Da ist auch noch der Nekromancer. So. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwo auch einen Zombie haben. Ne, ich will Schafe finden. Oh, und Bambus. Bambus ist ganz gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, ja. Äh, da war übrigens, äh... Ja. Hast recht. Dann holen wir uns jetzt eben nur den Bambus von da oben. Und vielleicht gibt es da oben auch noch Schafe. Das können wir auch gucken. Und wir könnten ein bisschen Holz holen für... Ähm... ...schon mal die Zukunft. Ich habe extra einen Kirschbjunk nämlich ausgesucht. Ja, genau. Aber dafür braucht man ja erstmal ein bisschen was, ne? Oh, ich habe ein volles Inventar. Kurkumba Seeds. Green Tea Leaves. Ash Flux. Brauche ich. Was brauche ich denn aktuell nicht? Ich habe das. Ja, ich habe das. Aber ich habe das. heilige die demons zieht es ruhig so dann haben wir schon bambus und ein bienennest haben wir hier auch das ist schon mal nice aber wie es ausschaut keine schafe aber ein vulkan ja aber bei all the mods gibt es grabsteine also das ist in dem fall sogar wumpe ja 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 Ein Eimer. Nice, wir können richtige Felder bunten. Wir müssen ja die Grundressourcen schaffen. Oh. Wir müssen ja die Grundressourcen machen. So. Ja. Während das durchbrennt, würde ich jetzt mal eben kurz eine kleine Verschnaufspause machen. Und dann geht's gleich später. Also, holt euch was zu trinken, was zu essen. Ja. Und dann bis in fünf bis zehn Minuten. Ich denke mal eher fünf Minuten. Also, bis gleich und drückt die Daumen, dass der Server nicht sofort crasht, sobald ich den Platz hier verlassen habe. Also, bis gleich.